Moodle Lernraum – Freie Gruppeneinteilung Die Aktivität Freie Gruppeneinteilung kann sehr vielseitig eingesetzt werden. Die erste Möglichkeit ist eine komplett freie Gruppenfindungsphase durch die Studierenden. Das heißt, die Studierenden legen selbst Gruppen an, denen sie einen Namen geben, und andere Studierende können sich dann in angelegte Gruppen eintragen und diese auch wieder verlassen. Die zweite Möglichkeit ist eine stärker gelenkte Gruppenfindungsphase. Hier gebe ich als Lehrende bereits Gruppen vor, die sich die Studierenden dann ein- und austragen können. Ich zeige hier einmal beide Optionen. Dafür habe ich schon etwas vorbereitet. Ich habe in meinem Moodle-Kurs in der Rolle Lehrende zwei Abschnitte für die beiden Gruppenarbeitsphasen angelegt. Für jede Gruppenarbeitsphase habe ich eine Gruppierung vorbereitet. Bei der ganz freien Gruppeneinteilung brauche ich keine Gruppen anlegen. Das übernehmen ja die Studierenden selbst. Für die stärker gelenkte Gruppeneinteilung habe ich bereits Gruppen vorbereitet und in die Gruppierung eingefügt. Ich zeige nun zunächst die ganz freie Gruppeneinteilung. Dafür füge ich die Aktivität freie Gruppeneinteilung dem Kurs hinzu. Die zuvor vorbereitete Gruppierung wähle ich gleich einmal aus. Damit stelle ich schon mal sicher, dass alle von Studierenden erzeugten Gruppen automatisch in dieser Gruppierung landen. Ich setze noch einen Einschreiberbeginn und ein Einschreiberende zu Demo-Zwecken, jetzt nur von wenigen Minuten. Die minimale Mitgliederzahl pro Gruppe lasse ich deaktiviert. Dafür steht die Null. Und auch nach oben ist die Mitgliederzahl unbegrenzt. Und jeder darf sich maximal in eine Gruppe eintragen. Auch da lasse ich die vorgegebene 1. Bei den allgemeinen Berechtigungen lasse ich ebenfalls den Standard. Die Studierenden können also Gruppen beitreten. Sie verlassen selbst Gruppen an, legen den Namen selbst, bestimmen und ebenso die Beschreibung. Unter verschiedene Einstellungen lasse ich auch alles so, wie es voreingestellt ist. Gruppe löschen, sobald sie leer ist. Das ist in dem Fall okay, denn ich habe eine Einschreiberdauer festgelegt und die Gruppen müssen ja erst am Ende stehen. Bei meinen Studierenden sieht das dann zum Beispiel so aus. Klaus gründet eine Gruppe und gibt ihr einen Namen und eine Beschreibung. Tanja sieht die Gruppe in der Übersicht und kann ihr beitreten. Sie könnte aber genauso gut eine andere Gruppe gründen. Alle TeilnehmerInnen innerhalb einer Gruppe können die Beschreibung editieren und auch jederzeit die Gruppe verlassen. Ist die Findungsphase beendet, also die Einschreiberdauer vorbei, bekommen TeilnehmerInnen eine entsprechende Mitteilung. Die Gruppenzusammensetzung kann nun nicht mehr geändert werden. Die von den Studierenden erzeugten Gruppen finden sich jetzt ganz normal bei mir aus der Lehrendenansicht im Menü TeilnehmerInnen und dort bei Gruppen und können auch wie ganz normale Gruppen verwendet werden, zum Beispiel um Aktivitäten mit Voraussetzungen zu versehen oder um einen Gruppenmodus einzuschalten. Ich kann natürlich auch nachträglich noch TeilnehmerInnen in den Gruppen hin und her schieben. Nun zeige ich noch die zweite Möglichkeit, die Aktivität freie Gruppenanteilung zu nutzen. Auch hier füge ich die Aktivität zunächst hinzu. Bei Gruppierungen wähle ich auch hier eine Gruppierung aus, in meinem Fall jetzt die zweite der von mir erstellten Gruppierungen. Damit bewirke ich, dass nur diejenigen Gruppen in die Auswahl kommen, die ich in diese zweite Gruppierung eingekapselt habe. Anders als vorher setze ich in diesem Beispiel als maximale Anzahl pro Gruppe die Zahl 3 und ich entferne den Haken bei TeilnehmerInnen können Gruppen anlegen. Denn ich möchte ja nicht, dass TeilnehmerInnen neue Gruppen anlegen, sondern ich möchte nur, dass die von mir angelegten Gruppen in die Auswahl kommen. Wenn ich möchte, dass die TeilnehmerInnen in der Gruppenfindungsphase noch nicht sehen, wer in der jeweiligen Gruppe ist, kann ich die Einstellung Gruppenmitglieder für TeilnehmerInnen verbergen aktivieren, was ich hier jedoch nicht mache. Aber unter verschiedene Einstellungen entferne ich die Option Gruppe löschen, sobald sie leer ist, denn ich möchte ja vermeiden, dass von mir vorbereitete Gruppen gelöscht werden. Bei meinen Studierenden sieht das dann also so aus. Sie sehen die Gruppen und können Gruppen beitreten und auch wieder verlassen. Sie können aber keine eigenen Gruppen anlegen.